Gianni Infantino, die Vorbereitung war gross. Wie war es heute? Müsst ihr sagen, wie es war. Ich hatte eins frei. Ich glaube, alle haben frei. Die Spieler haben frei. Es war genial. Es war schön. Gianni Infantino, in drei Mannschaften dabei. Wollt ihr an uns am besten gehen? Das ist ein bisschen die Geschichte von meinem Leben. Als Italiener geboren, hier aufgewachsen und jetzt bei der FIFA. Von Italien zur Schweiz zur Welt. Es ist schön, aber überall hat man Spass. Überall spielt man Fussball. Das macht Spass. Gianni das Game vor der Reise, die Zuschauerkulisse, das hat natürlich auch Freude gemacht. Ja, das hat mich gefreut. Das war auch die Idee, dass wir den Leuten etwas bieten können. Für alles, was sie gemacht haben. Auch um mir selber zu erlauben, Fussball zu spielen. Und um meine Leidenschaft hier zu leben. Und darum ist es meine Art, der Bevölkerung zu bringen. Für alles, für alles. Und hat auch Mama den Match geniessen? Ja, Mama hat den Match auch genossen. Sie hat auch Freika auf jeden Fall. Das ist wichtig. Das ist das Wichtigste. Genau. Merci und alles Gute an bei der FIFA. Danke schön. Vielen Dank und einen lieben Grüße an alle. Vielen Dank.